Liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich begrüßen auf Schloss Kaltenberg zum 40-jährigen Jubiläum des Kaltenberger Ritterturniers. Einige von ihnen haben wir vielleicht ja schon auf dem Lokalfernsehen München vor 40 Jahren, weil es der erste Sender, der schon dabei war, uns mitbekommen und ich bin in der freudigen Position, dass meine Eltern mir eine tolle Veranstaltung übergeben haben und ich jedes Jahr eine neue Ritterturniershow produzieren darf und außenrum einen riesigen, wunderschönen Mittelaltermarkt mit fünf Bühnen und insgesamt über 1200 Mitwirkenden, die hier mittelalterliche Gaukeleien, mittelalterliche Musik darstellen und natürlich die Hauptattraktion, die findet in der Arena statt, wo dann zwei Stunden lang die Ritter gegeneinander lanzenreiten. Und Sie sind Prinz Heinrich von Bayern und wir freuen uns, wenn wir Sie dann auch besuchen können, wenn es hier in zwei Wochen losgeht. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Freut mich wirklich, dass wir auf dieser neuen Loge unser 40. Kaltenberger Ritterturnier feiern können. Es ist keine außergewöhnliche Sache, dass eine Veranstaltung wie dieses Ritterturnier hier 40 Jahre lang überleben und jetzt auch in einem Stadium sind, wo wir Dinge bauen und uns relativ sicher sein können, dass wir sie nicht in zwei Jahren abreißen, weil es kein Ritterturnier gibt. Das ist also für uns eine tolle Investition in dieses ganze Gelände. Sie müssen sich vorstellen, es war mal eine grüne Wiese, da war nichts, wurde diese komplette Infrastruktur, die jetzt hier steht, nur für das Ritterturnier gebaut und erfreulicherweise können wir dort jetzt auch andere Veranstaltungen noch ansiedeln, wie Sie vielleicht im Juni mit dem Pulsöffner gesehen haben. Ritterturnier ist aber unser Liebling nach wie vor und wir geben uns jedes Jahr Mühe nochmal eins draufzusetzen, was langsam immer schwieriger wird, weil wir schon in einem hoffentlich relativ guten Stadion sind. Wir stehen jetzt hier in der Arena, wo wir jedes Jahr unsere eigene Show produzieren. Das müssen Sie sich eigentlich vorstellen wie eine komplette Opern- oder Musicalproduktion. Also wir bauen jedes Jahr neue Kostüme und schreiben Musik und schreiben Geschichten und dann gibt es eine Phase, wo das eben alles umgesetzt wird und die spitzt sich jetzt gerade mit den Deadlines dramatisch zu. Wie Sie sehen können, fehlt hier noch ein bisschen Bemalung und wir freuen uns auf eine Generalkrube, an der dann alles steht. Ich würde gerne mein Team noch vorstellen und zwar die Dame, die sich um unser komplettes Rahmenprogramm, sehr wirklich wie ein großes Festival funktioniert, kümmert, ist die Valentina Hoffmann, die Sie gerne nachher auch individuell noch schaffen können. Vielleicht bitte einmal herkommen. Und wie der Herr Wieger vorhin gesagt hat, stehen wir nachher alle beim Essen unterm Dach hinten und Sie können sich auch themenspezifisch gerne eben von uns einfach kurz zur Seite nehmen und Fragen stellen. Gut, dann geht es um die Show, die ja eine größere Produktion ist und auch ein größeres Team erfordert. Und dazu gibt es offensichtlich ein Regie-Team, unsere Regie geführt von Alexander May zum dritten Mal dieses Jahr. Und er traut sich auch mal kurz. Dann muss er dirigieren, damit alles funktioniert. Hier hat natürlich unsere Geschichte drüber geschrieben, dieses Jahr von Thomas Limpinse. Meine tolle Zusammenarbeit. Vielen Dank. Dann Choreografien hat Janne Geest gemacht, die Sie am Donnerstag der Generalkrube oder hoffentlich bei der Premiere dann bewundern können. Und natürlich kann man keine Choreografie machen, ohne dass man auch irgendwie einen Takt dazu hat und die Musik produziert hat, der Jan Fassbender. Den Sie sich auch noch nachher zur Brust nehmen können. Dann ist unglaublich viel Organisation dabei, weil wir ja eine Show produzieren mit 250 Mitwirkenden. Und wir würden alle völlig untergehen, wenn es dann nicht diejenigen gäbe, die das alles korrigieren und aufnehmen und hinterher auch schauen, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Eine wahnsinnige Arbeit macht unsere Regie-Assistentin Anja Morell. So, und jetzt fehlen mir noch ein paar Leute, weil ohne Darsteller könnte ich eine Show spielen und irgendwo steckt unser Sprecher, also ich kann ihn nicht sehen, aber für mich würde er gleich hier erscheinen, der Johannes Steck. Volk zu Kaltenberg, liebe Ehrengäste. Wir feiern heute im sechsten Jahr der Regentschaft unseres geliebten Prinz Heinrich. Äh, falscher Text, aber sagt nicht richtig. Wir feiern heute im siebten Jahr der Regentschaft unseres geliebten König Egilius 40 Jahre Kaltenberger Frieden. Und um diesem gelobten Jahr einen ganz besonderen Platz in den Annalen der Geschichte unseres Reiches zu schenken, schufen die tüchtigsten Handwerker des Landes ein gar großartiges Bauwerk im Schweiß ihres Angesichts und mit Gottes Hilfe. Ausgestattet mit den neuesten Errungenschaften der Handwerkskunst als da seien Pechnasen, Fallgatter, Schießscharten. Da staunt der Laie und der Fachmann, der nickelt stumm. Und was noch erstaunlicher ist, die neue Königsloge, auf der hier nun steht, wurde nicht nur zur rechten Zeit, sondern auch zum vereinbarten Preis hergestellt, was er in der heutigen Zeit, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit ist. Ich denke da nur an, oh, aber da kommt schon unser König Egilius! Liebesvolk! Nein! Darf ich meinen Augen trauen? Reite dort! Nicht Tapertus! Mag es mein übler Bruder, sich seiner Verbannung zu widersetzen? Gnade uns Gott richtet euch die Augen an dort, warum nicht? Er ist es! Es ist der Schwarze Rütter! Nun, Bruderherz! Ja, wir wollen das! Ach, wir wollen das! Du bist der Schwarze Rätsel! Auf wir, das! Ich bin es und weiß nicht, aber, ich bin es und weiß nicht, es nicht. Das ist eine Haube, das ist ein Haube! Das ist ein Haube! cuz, der Sieg ist mei... Und du, mein Bogdach, bist ein Gefangener und Faustbrand. Mein geliebtes Volk zum Kaltenberg, habt ihr mich vermisst? Gott erlauben! Wie könnt ihr vor den Augen der Kirsche so schändelische Balten? Liebter König, ich habe dir zur Feier des Tages... Was ist das? Schöne, schwarze Reliefere! Du hast die Frau des Reiches unterschätzt! Kommt nun zu mir und heißtet die Ritter des Reiches willkommen! Da kommen sie nun, die Ritter unseres Reiches! Aus allen Himmelsrichtungen reiten sie heran! Und sie dürfen nun, liebe Ehrengäste, liebe Meister der Feder, zu mir nach oben kommen, um zu fotografieren und einen besseren Blick zu haben! Die Ritter des Reiches, der합elt von Schwab-iene, die einfach von Flora in den�� 1.2, 1.3, 2.6, 2.8, 5.15, Musik 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 Oh, vielleicht nehmen Sie mal Ihre Getränke kurz hoch Vielleicht nehmen Sie mal Ihre Sand nel эти Getränke kurz hoch Jetzt wird's knappe gekämpft Musik 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 Jaaah! 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 Well done! Bravo! Bravo! Wird da bissl weggehen nicht, dass was passiert! Jaaah! 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 Wuh! Jaaah! Jaaah! Wuh! Wuh! Joaah! 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017